Herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin die Miri und wir sind zurück bei Kaiser Gerardo II. Von Italien, 55 Jahre alt. Und ja, unser Kaiser Gerardo ist ja sehr gebildet und deswegen denke ich, dass er sich auch bestens hier mit den umliegenden Ländern auskennt und auch mit deren Erbfolgen. Und es gibt da so ein paar Möglichkeiten, wie wir vielleicht unsere Dynastie noch auf weiteren Thronen installieren können. Und zwar habe ich mich mal so ein bisschen in den Nachbarländern umgeschaut, gerade in den Königreichen, den christlichen Königreichen vor allem, wie es denn da aussieht. Und da sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Ich habe mir jetzt mal ein paar Charaktere angepinnt, die möchte ich euch einfach mal vorstellen. Wir haben hier Hedwig Bloch. Hedwig ist die Enkelin des derzeitigen Königs von Lothring, die übrigens gerade einen Krieg mitbringt. Ja, wir den Westfranken haben. Es geht um das Earlthom von Holland. Auf den jetzigen Lothringischen König wird Prinz Gephard wohl folgen. Und er hat bisher nur eine Tochter. Er ist allerdings auch erst 23. Also seine Frau könnte schon auch noch ein Kind bekommen. Weil auch seine Frau erst 23 ist. Ist auf jeden Fall interessant. Sie ist auch erst zwei. Wir werden es mal beobachten, würde ich sagen. Dann haben wir Romanos Serblias. Das ist wiederum der Enkel des Despoten von Nikea. Und er ist der Nächste in der Erbfolge, weil sein verstorbener Vater der Erstgeborene des jetzigen Despoten war. Und das bringt uns in die sehr komfortable Lage, dass wir hier tatsächlich über eine matrilineare Heirat mit unserer Enkelin hier die Unruhringer installieren könnten. Und ich denke, das werden wir auf jeden Fall machen. Das ist die Tochter unseres Erstgeborenen. Die wir da gerade verheiratet haben. Könnte also in einigen Jahrzehnten interessant werden hier. Dann gibt es hier Phyllis Orphas Miestra. Das ist die Enkelin des Despoten von Hellas. Und die wäre auch in der Erbfolge, wenn ich das richtig sehe. Ja, sie wäre die zweite in der Erbfolge derzeit. Allerdings ist auch ihr Vater noch ziemlich jung. Die Mutter nicht so. Das könnte schon sein, dass sie nicht mehr so viele Kinder bekommt. Aber auch das werden wir eher erst mal beobachten. Mit drei muss man sich da auch noch keine Sorgen machen. Dann eine weitere Sache, die zumindest mal interessant ist. Die habe ich bei der Gelegenheit auch festgestellt. Herzog Amadeus von Spoleto. Hier unten. Er hat das geerbt von seiner Mutter, Herzog und Elonora von Spoleto. Das ist schon eine ganze Weile her. Und diese Frau war verheiratet mit dem Herzog von Holstein. Und dadurch ist er auch der Erbe auf das Herzogtum Holstein. Das auf diese Art und Weise dann auch in unseren Besitz kommen müsste. Interessante Entwicklung auf jeden Fall. Ich dachte, das beobachten wir einfach mal ein bisschen. Dann haben wir hier einen Prinz Savas von dem Savdanit Aceranza Clan. Das ist hier unten. Der ist gerade erst geboren worden. Wie man sieht. Der 17. Dezember. Gut, fast ein Jahr alt. Das ist derzeit der Erbe. Aber wie gesagt, er ist halt erst Null. Deswegen wollte ich da jetzt noch nichts machen. Und auch eine interessante Sache ist Teil 2. Mag Eohite. Von Staphor Dünfemlin. In dieser Reihe. Die ist auch ganz interessant. Und zwar ist auch sie die Enkelin des derzeitigen Königs von Alba. Und sieht so aus, als wäre sie die nächste, also die übernächste. Wobei. Hintern. Nee. Also so ganz blickig bei deren Erbfolge ehrlich gesagt auch nicht durch. Ah, die haben eine Tarnestrival. Gut, dann ist das irrelevant. Irrelevant. Das ist immer ganz merkwürdig. Weil bei denen wird hier ja angezeigt, das wäre Erbteilung. Wenn ich es vorricht. Aber wenn man dann hier mit drauf klickt auf den eigentlichen Titel, dann steht hier die Tarnestrival. Das ist in Wales genauso. Ist, denke ich, einfach dem geschuldet, dass es halt die britischen Inseln sind. Da ist es schon mal so. Also einige Charaktere, die wir jetzt ein bisschen beobachten müssen. Die meisten relativ jung. Bei denen sich vielleicht was machen lässt. Über die Erbfolge. Ja. Dann löse ich mal die Pause. Vorgeschriebenes Verlöbnis. Klar. Nehmen sie an. Logisch. So, und jetzt gibt es eine weitere Sache. Und zwar. Ähm. Unser Großvater. König, äh, Kaiser Vittorio. Das war ja, ähm, ein sehr religiöser Eiferer. Und der hatte tatsächlich das, ähm, ja, Rom wieder zurück an den Papst gegeben. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was hier los ist. Mein Vassal Herzog Harstein hat ein neues Werk verfasst. Und es ist bei Hofe das jüngste Tagesgespräch. Es behandelt Erfolg und wachsende Größe. Und Harstein hat es öffentlich mir gewitwet. Zank in Italien. Auch wenn der Zwist eines Tages Zorn uns allen bringt, verloren ist, wessen Fleisch diese Klinge dringt. Seine Untertanen sind dankbar, denn sie ist, denn sind sie es nicht, wird ihnen flugs der Henker geschickt. Das ist irgendwie nicht besonders gut gereimt. Ähm. Ja. Wir nehmen das wie immer an. Netze Sache. So, aber jetzt sehe ich gerade, wir haben hier einen Vorzug wieder freizuschalten. Ja, wir machen jetzt erstmal hier mit dem Anspannungszuwachs weiter. Mystische Kommunion. Oh ja, das ist eine Sache. Die machen wir auf jeden Fall. Das haben wir ja beim letzten Mal auch schon gemacht. Mystische Kommunion abhalten. Bringt uns 300 Bildungslebenswandel, Erfahrung und göttliche Führung. Da sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. Oh. Okay. Also ist nichts weiter passiert. Anscheinend. Wir haben das einfach bekommen, ohne irgendwie krank zu werden. Bitte einladen, super Idee, können wir machen. Ähm. Genau, was ich gerade erzählen wollte. Ähm. Unser Großvater hatte Rom wieder zurück an den Papst gegeben. Das war ja eine ganze Zeit lang auch Teil des italienischen Gebiets. Und da unser Herrscher jetzt aber eher der Zyniker ist, und ich glaube ihm auch der Katholizismus so ein bisschen suspekt ist insgesamt, und weil das halt eigentlich die Jure zu unserem, ähm, zum Gebiet unseres Bruders gehört, könnte ich mir vorstellen, dass er versuchen wird, den Papst das wieder abzunehmen. Und deshalb werden wir jetzt hier mal den Krieg erklären, um das Fürstbistum, das reicht völlig aus. Dadurch bekommen wir all das. Ich glaube, das macht auch überhaupt keinen Unterschied, außer dass man hier halt mehr bezahlen würde. Und ich denke, diesen Krieg können wir auf jeden Fall führen. Das sind 10.000 Mann. Ähm, wir haben mittlerweile 76.000. Wir könnten sogar 78.000 haben. Das liegt vor allem daran, dass wir jetzt, also glaube ich, das liegt vor allen Dingen daran, dass wir jetzt die ganzen Königreiche gegründet haben, und deswegen eben die Jure, die Herrscher sind. So, Krieg gegen den Papst, das sieht man auch nicht alle Tage. Aber wir ziehen das jetzt durch. So, wir werden natürlich hier drüben unsere Truppen ausheben. Ähm, das sollen doch ruhig erstmal alle sein. Ich werde hier, habt ihr jetzt sogar ein bisschen aufgeteilt, damit es, ich hoffe, dass es ein bisschen schneller geht. Nur ein bisschen den Blick behalten. Ich brauche natürlich nicht die gesamte Armee. Das müsste eigentlich schon fast reichen. So, da sind die Belagerungstruppen dabei. Da sind welche. Ja, das sollte dicke reichen. Und ich denke, wir werden da direkt erstmal nach Ruhm ziehen. Mit allem, was wir haben. Und erstmal die Armee schlagen. Und Indima ist tot. Jawohl. Oh ja, das ist sehr überlegen. Da ist ein Ritter eingetroffen. Emanuel? Ja, ganz gut. 20 nehmen wir den doch gerne. So. Das war das. Wem nehmen wir jetzt zur Verfolgung mit? Also ich denke, den. Der hier ist eher Kampftruppe. Das ist auch eher eine Kampftruppe. Ja, das hier an sich natürlich auch. Aber ich glaube fast. Dass wir... Okay, wenn ich das halbiere. Bringt irgendwie auch nicht so was, ne? Nee, also ich denke, wir werden hier mal das Fußvolk rausnehmen. Die hier schicken wir wieder in unser Reich zurück. Dann haben wir hier noch die Belagerungstruppen. Die bleiben auf jeden Fall hier. Die hier können mitverfolgen. Okay, stopp. Ihr bleibt hier. Ihr sollt der Rom bitte belagern. Okay. Aha, er kommt wieder zurück. Clever. Hallo? Einmal die Kehrtwinde. Gut, dann müssen wir die jetzt nochmal zurückziehen. Wir müssen hier nochmal kurz mithelfen. Bevor unsere Truppen draufgehen. Ja. Okay. Ich werde die mal hier zusammenziehen. Das wollte ich nicht. Ich wollte die eigentlich verbinden. So. und ja ich werde mal ein paar von den Truppen hier abspalten. Die hier. Die sollen bitte wieder nach Hause gehen. So viel brauchen wir nicht. Okay. Was geht das wieder los? Das Armeenmanagement gefällt mir auch noch nicht so ganz. Wäre schön, wenn das ein bisschen übersichtlicher wäre. Gut, die können wir jetzt auflösen. Und bei denen, ähm ja, da werde ich auch mal die die guten Truppen abspalten. Die wählen wir aus. Die sollen wir zu der anderen Truppe dazu stoßen. Und die hier können wir auflösen. Brauchen wir nicht mehr. Wie sieht's denn aus mit der Belagerung? Wie lange wird das dauern? 15 Monate noch. Würde es helfen, wenn wir denen nochmal ein paar Truppen mehr spendieren? Wie viel können denn hier erhalten werden? 21.000? Das heißt, ich kann die ganze Armee hier hinstellen, ohne dass es ein Problem ist? Das ist ja geil. So, Ritter eingetroffen. Ja, den werden wir auch rekrutieren. Oh, wir haben die Renaissance-Gedanken entdeckt. Das war, glaube ich, auch was, was wir selber erforscht haben. Jetzt ist die Frage, was würde denn unser Herrscher machen? Eher so als gelehrter Womöglich würde ich jetzt einfach erst mal das nehmen, was wir als Tisaipin besonders gut machen können. Wir machen jetzt mal die Condottieri. Ähm, bin mir im Moment jetzt auch nicht so richtig schlüssig, was was zu ihm passen würde. Schaut mal. Da ist wieder eine Truppe aufgetaucht. Erwischen wir die hier hinten noch? Ah, der hat hier Söldner angeworben. Ach, scheiße, jetzt habe ich... Okay, die kommen hier... Ach, die sind hier... Die laufen hier rein. Die laufen jetzt echt nach Rom? Sind die bescheuert? Mein Sohn Leo ist im Begriff den Hof zu verlassen? Weshalb das denn? Ja, ich meine, er hat natürlich auch keine Grafschaft oder so, ne? Ich habe jetzt auch nichts erobert, was ich ihm geben könnte. Na ja. Okay. Ich glaube, wir haben die Armee geschlagen. Ja. Keine Feinde mehr übrig. Dann geht es jetzt nur noch um die Belagerung. Sieben Monate soll das noch dauern. Ja, ich meine, Rom ist natürlich schon ein bisschen besser ausgerüstet. Sechs Monate. Na, der Papst kann mich auch nicht mehr besonders leiden. Das ist ja logisch, ne? Und hier ist noch ein Ritter eingetroffen. Auch eine 18. Sehr stark. Cool. Unruhiger Dynastie. Oh, wir haben die Prachtstufe legendär erreicht. Wow. Wow. Ich glaube, das ist die höchste Stufe, oder? Ja. Mehr Pracht kann man nicht haben. Jetzt rennt der wieder mit 2000 Mann hier rein in meine Riesenarmee. Was ist denn mit dem los? Absolutes Selbstbordkommando, dieser Papst. Also ich meine, ein bisschen weltfremd. Vielleicht denkt er auch immer, er kommt irgendwie mit 2000 Mann im... mit seinem Glauben dadurch oder so. Herzog Alberto hat eine außereheliche Affäre mit Oda. Ich glaube, das wussten wir aber schon. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Okay. Ich stelle mal kurz ein bisschen die Geschwindigkeit hoch. Ja, ist er wieder rein. Ich weiß nicht, was der macht. Wahrscheinlich holt er sich... Genau, der holt sich jedes Mal Söldner und schickt die dann direkt in meine Truppe rein. Aber ich meine, das sind halt bei mir fast 20.000 Mann, ne? Ich meine, das ist... Was erwartet er? Es gibt kaum etwas, was ich mehr schätze als die Gesellschaft von Graf Emanuel. Er zerrte mich von einer Aktivität zur nächsten und das hohe Tempo half mir wirklich, meine Sorgen vorübergehend zu vergessen. Nach dieser kurzen Pause fühlte ich mich so entspannt wie lange nicht mehr. Wie wertvoll sind doch Freunde wie Graf Emanuel. 58 Anspannung verloren? Da kein Problem. Okay, wir haben den Papst gefangen genommen. bei der Belagerung und damit können wir tatsächlich den Krieg schon beenden. Hat nur 15 Monate gedauert. Ungefähr so lange wie die Belagerung halt dauerte. Jawohl. Alle auflösen. Oh, wir sind fettleibig geworden. Das scheint irgendwie auch so ein unruhiger Ding zu sein mittlerweile, dass man fettleibig wird, ne? So, erstmal Gewichtsverlust. Ja, okay, müssen wir erstmal wieder bei der Pest mal teilnehmen. So, Tempo wieder runter. So, meine schönen Gewänder. Ähm, ja, wir machen das wie beim letzten Mal, denke ich. So, der Papst ist jetzt immer noch hier, aber er ist jetzt mein Vasall. Das gefällt ihm natürlich gar nicht, ne? Entzückend. Wirklich entzückend. Ich hätte jetzt auch ehrlich gedacht, dass wir die Grafschaft bekommen und dass man ihm das sozusagen abnimmt. Hm. Interessant. Einmal wieder einen Vorzug freigeschaltet. Geistige Robustheit. Zeit zwischen geistigem Zusammenbruch plus drei Jahre. Okay. Ähm, geistige Zusammenbrüche sind zwar meistens nicht so unser Thema, aber warum nicht? Gut, ich meine, der kann uns jetzt überhaupt nicht leiden. wenig überraschend. Äh, da er nur landlose Titel hält. Okay. Weil wir könnten ihm jetzt einfach den Vasall verleihen. Dem Papst. Geht das? Ne, das geht gar nicht. Ich kann ihm den Papst gar nicht verleihen? Interessant. Okay, also der Papst ist jetzt unser Vasall. Soll ja auch schon mal passieren, ne? Das Pontifikat. Ja, weil es ein Königreich Giedel ist wahrscheinlich, ne? Naja, aber immerhin ist das jetzt wieder Teil von Italien. Wenn auch nicht ganz so, wie ich mir das gedacht hatte. Ich hätte jetzt gedacht, dass es anders läuft, aber nun gut. ist nun mal so. Können wir doch irgendwas machen? Hm. Ich meine, wir sind trotz Fettleibigkeit wirklich bei sehr guter Gesundheit. Das muss man natürlich schon nochmal so sagen. Wir sind ja eigentlich schon sehr weit. So, die haben hier einen Krieg fertig, ne? Ja. Und auch unser ostfränkischer König. Ja, der hat das verloren. Jetzt haben wir einen neuen Kettilmundr, nordisch Unrohringer Dassel. Aber auch er hat nur die Grabschaft Zürich. Also, ich bezweifle irgendwie, dass der sich lange halten wird. Herzog Zubriboi hat Herzog Amadeus von Spoleto einer üblen Sache bezichtigt. Der hat eine Affäre mit Freydis. Tja. So ein Ding. Könnte man die jetzt davon überzeugen, dass sie unsere Vasallen werden? Nicht wirklich, ne? Verlobte können heiraten. Ja, das ist unser älterer Sohn. Also, der mittlere Sohn, wenn man so will. Herzog Girolamo hat geheiratet? Nein. Nicht er hat geheiratet. sondern seine Schwester, oder? Hätte ich jetzt gedacht. Ja, seine Schwester hat geheiratet, nicht er. So, wir sind nicht mehr fettleibig. Hoffentlich wird das jetzt nicht wieder so ein Jojo-Effekt wie bei den letzten Herrschern. Festmahl in Mannsfeld. Gut. Wir stellen jetzt erstmal die Gewichtsabnahme ein. Und wir freuen uns auf die, dieses Festmahl. Ich frage mich, ob es einen Zusammenhang zwischen der Gewichtszunahme und der berühmten Frohnatur gibt. Ob es eben durch diese Ausschweifung ständig zu Problemen führt oder so. weiß ich nicht so richtig. Könnte schon sein, ne? Schon wieder ein Festmahl. Also da muss ich echt sagen, das ist ein bisschen zu heftig. Ah, wir haben hier einen Hauptmann. Wir haben generell noch Gefangene, ne? Oh ja. Und nicht zu knapp. Wer ist er? Oh, der hat eine 14. Würde der sich vielleicht an uns anschließen? Ja, würde der machen. Ist doch schon eine feine Sache. Dann haben wir hier eine Zeugungs- eine Empfängnis umfähige. Die lassen wir mal frei. katholische Polin. Polin. Die kann auch raus. Ali. Ach, der interessiert uns auch nicht so richtig. Noch ein Hauptmann. Theoditius. Der will nicht raus, offenbar. dann bleibt der alt im Kerker. Rinaldo. Gut. Der geht wenigstens. Michelle. Der will auch kein schwaches Druckmittel. Na gut. Ja, ist die Frage, was macht man jetzt mit diesen Leuten hier? Ich meine, ihn könnte man irgendwie noch rekrutieren. Er ist wenigstens ein Cisalpine. schon wieder ein Festmahl. Also, wie gesagt, ich finde, das ist einfach viel zu viel mit den Festmählern. Wenn man so viele Vasallen hat, dann wird man quasi jedes Mal, wenn ein Festmahl geendet hat oder auch nicht geendet hat, ich glaube, das letzte ist ja noch gar nicht vorbei, dann wird man schon wieder eingeladen. Und das finde ich dann doch ein bisschen zu übertrieben. Wir sind auch wieder fettleibig. Gut, Gewichtsverlust. Ja, dank meine Freunde. Aber wir werden, glaube ich, keinen machen. Okay, na gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.